Schia Leute, was kann das Kanal auf? Get up! Bevor das Video beginnt CraterCode, John Wick im Outlook Und zwar Leute, heute spielen wir nicht nur noch eine normale Runde Fortnite, wir spielen eine Runde ohne Fahnengründe, das habe ich schon mal damals gemacht, nicht eigentlich ganz okay, ich hoffe mal Was ist das? Naja, war ein bisschen richtig Hiermit habe ich theoretisch gerade Kostler, ne? Ah, wir gehen die Balle stehen Wir müssen jetzt ein bisschen drauf achten. Oh mein Gott, das ist so schwer Ich kann nicht reinziehen Kann ich nicht reinziehen? Jetzt kann ich Das ist so schwer, what? Nehmen wir diese AR hier Schwerer als man denkt jetzt mal ehrlich, ne? Ich kann sie nicht treffen, Digga What the fuck? Ja, hier sind halt auch direkt die Maxes Ah, das will ich nicht fighten, Digga Das ist viel zu schwer Ey, ey Ey, das ist so schwer zu treffen, das ist meierlich Okay, den haben wir natürlich geholt Ey, das ist... Okay, wir haben trotzdem gut getroffen Ey, wo ist der Typen Ey, wo ist der Typen? Sieht ja komplett durch Was ist der Typen? Was ist der Typen? Das ist so gewalt, Bruder Was ist der Typen? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab' den Typen mitgenommen Ich hab' den Typen mitgenommen Oh mein Gott! Wie haben wir den Pump getroffen? Ich dachte ich vermisse den, ich bin ehrlich, ne? Das ist halt so viel schwieriger Also ich muss wirklich sicher gehen, ob ich schieße Und das war grad einfach nur ein Lackkaschen getroffen ab, Digga Weil, das ist so... Das ist schwerer als man denkt, glaub' ich Ich bin mir nicht sicher, was ihr denkt, wie einfach das ist, aber Das ist auf jeden Fall schwieriger als das, glaub' ich, aus Oh mein Gott, der hat den hochgenommen Nein Ja Wir haben alle keine Mets Niemand hat Mets, was? Ich hab' Zero Bates, wir müssen irgendeinen rein mit diesem Banaten-Nurfer Shit, shit, das sieht gar nicht gut aus Ich bin mir nicht Welchem der Mets auf jeden Fall oh mein gott das war sehr wichtig und das ist der kill den wir brauchten das erste kill den wir brauchten coming back boy ohne crosshair bro ohne crosshair nein ich kann nicht treffen so oder dann bist du da oben gepusht ist mir egal wenn ich pushe ich 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 dachte kurz der nimmt mich hoch der typ gar nicht machst du oder gar nicht ich 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 Schadensäge, dass der letzte Kicker war und ich dachte, er will mich spätfalten, weil er so komisch geschlossen hat. Ja Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video, wenn ihr euch gefallen habt, lasst einen Like, dann lasst ein Abo da. Wir haben auch wieder ohne Farben kurz gespielt, war ganz okay. War am Anfang sehr schwer, aber danach wird's immer leichter. Nur dieses mit dem Scar aus Entfernung ein bisschen strecken ist halt ein bisschen schwer. Ich hab gerade diesen einen richtig gut gefühlt, das war glaube ich auch sehr lucky. Und ja, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt oder Video Ideen habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Zum nächsten Mal. Ciao.